Hey du, wir haben uns ja lang nicht gesehen. Aber warum bleibst du denn da hinten stehen? Freust du dich über unser Treffen nicht? Und was hast du da im Gesicht? Hast du nichts vom Coronavirus gehört, der zurzeit das Schulleben stört? Die Zahl der Büchereibesucher hat sich stark reduziert und wenn sie kommen, sind sie wie Räuber maskiert. Aber was machen wir denn nun? Was sollen wir ohne Schüler tun? Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten zum Wählen. Was hättest du von Geschichten erzählen? Finde ich gut. Fang ruhig an. Aber danach bin ich mit Erzählen dran. Harry Potter erzählte mir neulich, manche Schüler seien wirklich abscheulich. Er lag einmal die ganze Zeit auf dem Boden und wurde nur selten zum Lesen angehoben. Es dauerte ewig, bis er kam zurück und von seinem Aufenthalt war wenig entzückt. Ein Computer hat den Schüler ständig gestört. Harry ist über diese Bevorzugung äußerst empört. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Manche Schüler behandeln unsere Bücher sehr schlecht. Zum Glück ist so etwas ziemlich selten und kann nicht für alle Schüler gelten. Eine große Mehrheit geht gut mit ihnen um und sie liegen nicht auf dem Boden herum. Eine Warrior Cat hat mir erzählt, ihrer letzten Reise hat es an nichts gefehlt. Sie stand in einem schönen Regal und war dem Schüler auch nicht egal. Zudem hat er wirklich schnell gelesen. So ist sie nach kurzer Zeit wie er zu Hause gewesen. Es freut mich, das zu hören. Aber schließlich sind ja auch nicht alle Schüler solche gehören. Fällt dir noch eine andere Geschichte ein? Ich denke, andere Themen werden kaum zu finden sein. Leider nein, aber mit langer Weile sind wir wohl kaum allein. Hoffentlich haben wir ein wenig Glück und die Schüler sind bald wieder zurück. Was hältst du davon, in eine andere Bücherei zu gehen, um uns dort ein wenig umzusehen? Vielleicht ist es hier schöner als hier. Ich bin auf keinen Fall dafür. Es ist gerade zwar etwas tritt, aber ich denke doch, dass es hier am schönsten ist. Okay, okay, du hast ja recht. Unser Zuhause ist nicht schlecht. Gewicht. Ja, jede Ecke ist gewicht. Und durch viele bunte Bücher und Basteleien ist hier gar nichts zu tun. Stimmt, warum fällt uns das jetzt erst auf? Bei so viel Action achtet man wohl kaum darauf. Keine Krüme durften auf dem Boden landen, damit alle es gemütlich fanden. Hier ist es immer sehr schön, selbst wenn die Schüler in den Ecken stehen. Jeder findet hier einen Platz. Unsere Bücherei ist wirklich ein großer Schatz. Stimmt, es war sehr schön, dich zu sehen. Aber jetzt muss ich leider weitergehen.